So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und ich habe letztens in den Kommentaren gelesen oder im Chat, ja ich glaube es war im Chat, hat jemand gesagt, Ramses kannst du nicht mal wieder GBL zocken oder so, einen Stream machen oder ein Video oder irgendwas und eigentlich bin ich gerade immer noch auf Mewtwo-Suche, ihr seht mega Entwicklung ist am Start, ich habe hier mega Garados wieder drin, immer noch mega heftig, dass das einfach 5396 IV, ach IV, WP bekommt, mit 100% auf Level 50 und Best Buddy Boost, das sind auf jeden Fall richtig heftige Werte, Glücksein läuft auch noch 10 Minuten, aber die nächsten Mewtwo-Rates sind erst in, gehen erst nach 13 Uhr auf irgendwann, also momentan kann ich gerade eh nichts machen, Ich bin jetzt hier gerade auf einer einsamen Insel, damit ich meine Ruhe habe, einfach mal Stress, einfach mal eine kleine Mewtwo-Pause machen und habe mir gedacht, wenn GBL gewünscht ist, ich habe ja hier auf dem Weg zu Level 49 noch verschiedene Aufgaben, besiege dreimal ein Team, go Rocket, Boss, nur mit Pokémon mit 2500 WP oder weniger, hätte ich schon längst machen können, ich möchte das aber in einem Video machen und in diesem Video dann Level 50 erreichen. Was ich jetzt aber hier machen kann, erreiche Rang 10 in der Go-Kampf-Liga und weil ich sowieso kurz vor Rang 10 bin, also ich bin hier irgendwas bei Rang 9, habe jetzt 109 Siege, ihr seht, das ist im Prinzip gar nichts, ihr könnt ja mal schreiben, wie viele Siege habt, 109, 109 Kämpfe, wie viele Kämpfe habt ihr gemacht? In der letzten habe ich gerade mal 135, diese habe ich jetzt 109, das wird immer weniger. Wir sind aber auf Rang 9, wir spielen im Kando Cup, denn es gibt momentan nichts anderes und ich habe mir gestern ein Team erstellt und habe da gedacht, du brauchst ja nur noch ein paar Siege, dann bist du Rang 10. Und irgendwie gibt es ja jetzt Quabbel schon garantiert auf Rang 10, glaube ich und nicht mehr auf Rang 20, muss ich mal gucken, ob das passt. Habe mir also ein Team erstellt mit Hypno, Alola, Knogger und Knuddeluff, mit dem Team komme ich eigentlich gut zurecht, denn ihr wisst, ich habe meistens keine Ahnung, Typ-Effektivitäten, sonst was, ich haue da immer nur drauf, ich mache einfach irgendwas, also wenn ihr anspruchsvolle GBL-Videos sehen wollt, guckt beim Spiele-Trennen vorbei, bei Schilling Plus, ne? Guckt nicht bei Ramses Minus vorbei, das passt nämlich nicht. Selbst jetzt bin ich wieder komplett überfordert, was nehmen wir jetzt? Ich weiß es nicht, ich weiß gar nichts, wir lassen es einfach mal durch. Ich hätte mein, ähm, Alola, Knogger mit, glaube ich, einer Feuerattacke dabei. Ich weiß aber nicht, ob das sehr effektiv ist. Ich versuche einfach mal ein Schild von ihm rauszuloggen. Ist natürlich schön, dass das erste Match gleich wieder so ein verkacktes Match ist, denn in allen Matches, die ich bisher gemacht habe, hatte keiner dieses blöde Sundarn drin. Jetzt kommt einer mit diesem Sundarn und ich kann damit, das weiß ich nicht, ich stehe wieder bei Null. Ich muss doch nur Rang 10 erreichen, das wird doch nicht so schwer sein. Jetzt sehe ich, ich habe meinen Alola, Knogger reingeholt und das Alola, Knogger ist auf jeden Fall sehr effektiv gegen dieses Eis-Pokémon. Das lassen wir mal durch, Ladungsstoß, okay. Denn wir sind effektiv gegen das Eis-Pokémon, wir sind aber auch effektiv gegen das Magnet-Pokémon, weil wir haben ja eine Feuerattacke als Quick-Move. Jetzt können wir wenigstens sein zweites Schild rauslocken und ich hoffe, wir können ihn jetzt hier noch down kriegen, bevor der seine, gut, er macht zwar seine Attacke, aber ich möchte das Knogger ja behalten. Ich weiß ja jetzt, das Knogger ist effektiv gegen seinen Sundarn, das Knogger ist effektiv hier dagegen, also schilde ich ab, nehme meine Sachen mit, egal was er jetzt reinholt, er holt wieder seinen Sundarn mal. Ach, ich Idiot. Jetzt habe ich extra zwei Lademoofs voll gehabt, sozusagen, und habe sie natürlich nicht eingesetzt. Und, oh, jetzt, jetzt kann ich es einsetzen, bevor ich sterbe, ich setze es lieber ein. Ich probiere mal den Kleinen. Ich hätte Spukball machen können, dann wäre das sicherlich tot. Hier weiß ich nicht, ob das reicht. Och, Boden ist sehr gut gegen Eis und jetzt bitte hier, hau den nochmal drauf. Dass ich nicht umsonst sterbe, möchte ich bitte wenigstens jetzt diese Attacke noch raushauen. Ich hoffe, Sabrina sieht das nicht, die schlägt sich wieder die Hännes über den Kopf zusammen und sagt, oh mein Gott, wir, wir nehmen mal das Knuddelhoff rein, mit Charme, ist natürlich nicht sehr effektiv, hält aber ein bisschen was aus, dass erstmal das die Attacke abbekommt vom Gegner. Matschbombe, okay, Matschbombe ist wieder sehr effektiv, toll. Er farmt jetzt natürlich seine Energie hoch, ich müsste mit ihm nur zweimal treffen, dann wäre es eigentlich vorbei. Natürlich hätte ich auch meinen Move machen können, habe ich auch wieder nicht. Schon das erste Match ist einfach so ein brachiales Ding, jetzt komm bitte, mach irgendwas. Was ist das? Ich habe gewonnen. Ich glaube, sein Pokémon war tot, ich habe gewonnen, wunderbar, ist das herrlich, so muss das sein. Alles ohne Stress, alles ohne Probleme und ich wusste zu jeder Zeit genau, was ich mache. Ich glaube, das geht dann auch wahrscheinlich hier, ich bin jetzt schon bei 5 Minuten bei einem Kampf, wir brauchen 5 Kämpfe, also wir sind dann bei 10, 2, 25. So, was hatten wir hier? Da war Feuer auch gut, aber das Hypno macht eigentlich auch einen guten Dienst. Er wechselt auf Labras. Selbst bei Labras würde ich mal den Kollegen holen und einfach mal schauen, was es macht. Eis, Eis, Boden, sonst was? Ich habe keine Ahnung, vielleicht greift es auch mit Wasser an, Wasser, Boden. Was macht er denn? Er hat Eisstrahl. Ist nicht sehr effektiv, zum Glück haben wir nicht geschildert. Wir können aber mal, weil es gerade voll ist, den Boden zurück machen. Ich weiß wieder nicht, ob Boden effektiv ist gegen Labras, Wasser, Boden, Boden, Wasser, wahrscheinlich nicht, aber er wehrt trotzdem ab, das ist sehr schön. Wenn er nochmal Eisstrahl macht, dann dürfte das für mich auch nicht so verheerend sein. Benjamin hat sich aufgeregt, dass man überhaupt Alola-Pokémon nehmen kann, weil die mit der Kando-Region nichts zu tun haben und so eine Frechheit von Niantic wieder mal. Also, ich könnte jetzt darauf hoffen, dass er den Eisstrahl macht und er nicht so heftig ist, aber ich schilde auch einmal ab, weil er hat ja schon ein Schild rausgeballert von sich. Jetzt wechselt er auf Knogger. Er hat noch ein zweites Schild. Das zweite Schild wird sicherlich jetzt vielleicht auch dran glauben müssen. Ne, macht er nicht. Er lässt den so drin, wie er ist. Jetzt tun sich die zwei Knogger gegenseitig auf die Nase hauen. Meins ist übrigens ein Shiny, seins ist kein Shiny, deswegen sieht mein Feuer auch anders aus. So, jetzt hat er aber abgewehrt. Jetzt hat er gar nichts mehr. Jetzt weiß ich aber auch nicht, was ich großartig machen soll. Nochmal abwehren und Knogger gegen Knogger. Ich meine, ich habe noch Hypno gegen Bisa-Zah. Flammenrad. Lassen Sie es mal durch. Ich hole mal das Dicke rein. Nicht sehr effektiv. Hält aber hoffentlich ein bisschen was aus. Und hau den runter. Deswegen würde ich meinen Schild behalten und mitnehmen. Jetzt sagt mir nicht wieder, hättest du Hypno genommen. Der wäre komplett weg, Bruder. Ja, weiß ich nicht, deswegen. Ich habe ja noch ein Schild, das sieht also gut aus. Und für das letzte, ich habe Eisstrahl und er hat Bisa-Flor hier. Ach nee, Labras hat er auch noch. Nimm keinen Eisstrahl, Bruder. Farm den so runter. Schild haben wir noch. Der stirbt jetzt, wenn ich nochmal angreifen kann und habe den Eisstrahl für Bisa-Flor. Hat er überhaupt noch Bisa-Flor oder war das tot? Weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall muss der jetzt hier erstmal sterben. Wenn er jetzt sein Bisa-Flor reinholt, habe ich ja nochmal einen Eisstrahl. Und jetzt sieht das so aus wie, boah ey, der Ramses, der sagt immer, der weiß gar nicht, was er macht. Aber theoretisch hat er den jetzt einfach weggesmackt. War aber nur Glück. Hätte auch ganz anders kommen können. Wirklich, 90% der Zeit weiß ich nicht, was ich mache und ob das Sinn hat. Und check das eh nicht mit den Typ-Effektivitäten. Dafür befasse ich mich einfach viel zu wenig mit GBL, mit den ganzen Pokémon, mit den Typen der Pokémon und mit den Attacken auch, die die noch bekommen können. Das kommt ja als nächstes hinzu. Das macht mich ja auch immer fertig, dass ich immer überrascht bin, weil der eine andere Attacke hat. Also eigentlich, das ist einfach, GBL ist einfach eine Kunst für sich. Lavados. Lavados, Lavados, das ist ein Flug. Flug gegen den, wir lassen mal durch kurz. Und hoffen, dass wir das noch überleben, ja. Bringt es was, wenn ich einen Donnerblitz gegen ein fliegendes Lavados mache? Das ist doch Flug und Elektro. Das ist zwar jetzt Elektro, Elektro gegen Elektro ist Quatsch, aber vielleicht trifft es wegen dem Fluganteil. Der liegt also da. Wir haben auch nochmal Donner. Jetzt hätte ich am besten eigentlich den Spukball machen sollen. Der war schon voll, das habe ich aber zu spät gesehen, dass der voll war, weil Elektro gegen Rihon ist natürlich nichts. Er schildet trotzdem, das freut mich. Boden, Boden, Dings. Ich habe Feuer, Feuer gegen Boden. Ne, ne. Wir nehmen also unser Knuddeluff mit Charme. Wir haben ja auch noch, wir haben auch noch hier ein Schild übrig. Wir haben zwei Schilde, er hat ein Schild, Hornattage, Hornattage macht nix. Macht das irgendwas Statusveränderndes, sieht auch nicht so aus. Ich würde den jetzt einfach mal in Ruhe hier runter farmen. Ich glaube, ich würde sogar mal die Hornattage durchgehen lassen. Bitte? Das ist sehr schön. Zum Glück ist das so dick. Ich habe immer noch ein Schild, er hat noch ein Schild. Ich habe meine Moves aber gleich voll. Was haben wir denn, Bisa Floor? Wir nehmen mal Knuddler. Hey, du musst doch jetzt Eisstrahl nehmen. Außerdem Ramses, du hättest jetzt mal wechseln müssen auf dein anderes Pokémon, dass du mit dem fertigen Move hier zurückkommst. Das wäre doch viel sinnvoller. Ich verstehe nicht dein Spiel, was du machst. Ja, ich verstehe es auch nicht. Ich glaube, das wäre wirklich sinnvoller gewesen, einfach auszuwechseln, das letzte Schild rauszulocken und dann zurückkommen mit dem Knuddelluf, denn jetzt schaffe ich es nicht mehr, auf Eis zu gehen und das war es. Aber wir können ja die Pflanze verbrennen, aber wenn der jetzt Solarstrahl auf uns macht, dann sind wir auch tot und dann habe ich es mir theoretisch selber versaut. Nein! Er hat keinen Solarstrahl. Er hat bestimmt nur was anderes. Die Zeit hat nicht Solarstrahl. Aber er lebt! Er ist ja Boden und deswegen hat er es überlebt. Richtig genial. So. Da sagt ihr noch, ich weiß nicht, was ich mache, oder? 3 zu 0. Mehr sage ich dazu nicht. 11 Minuten und wir haben schon 3 Kämpfe gemacht. Ich glaube, das wäre das kürzeste GBL-Video, was ich hier gemacht habe. Sonst, wenn ich GBL gezockt habe, habe ich meistens eine Stunde oder so da gesessen und habe einfach 5 Sets gemacht. Ne, 10 Sets. Also 100 Sets. Gucken, wer die Nase vorne hat. Seins ist natürlich besser. Schwache Verbindung. Okay. Und wer greift zuerst an? Ich greife zuerst an. Vielleicht habe ich mehr Angriff als er. Er hat andere Werte. Deswegen ist... Ja, seins ist ja eigentlich höher, weil es weniger Angriff hat. Deswegen kann man es höher pushen. Und ich mache der Spukball. Spukball braucht noch ein bisschen, oder? Der hat keinen Spukball jetzt, oder? Donnerschlag. Das heißt, die zwei Nasen könnten sich eigentlich die ganze Zeit gegenseitig fetzen. Warum? Wieso macht der das? Dann hole ich mir jetzt... Ich hole mir jetzt das Knuddelhofen. Mir ist das jetzt zu doof. So. Knuddelhofen, mach du mal bitte was. Lass dir das... Lass dir da nicht die Butter vom Brot nehmen. Er holt Dragunier rein. Junge, ich habe Scham. Ich werde deinen Dragunier vernichten. Und ich hoffe, dass das Knuddelhofen das einfach jetzt frisst. Nassschweif. Super. Also hier frisst. Er hat noch alle Schilder. Er frisst also gut. Boah, ich muss... Magnetilo. Ich muss trotzdem jetzt was einsetzen, mal. Ich muss die Schilder weglocken. Die Schilder müssen fort. Sonst kommt kein Move mehr durch. Gar nichts. Ich kann auch leider nicht wechseln. Sonst hätte ich schon längst was anderes genommen. Ich habe immer noch ein Schild. Ich würde das eine Schild sogar jetzt nutzen, um noch ein bisschen hier mit dem Knuddelhofen drin zu bleiben. Denn der hält ja ein bisschen was aus. Und vielleicht schafft er es aber. Ach! Jetzt hätte ich das Hypno einwechseln können. Gerade ist es aufgeblitzt, dass es bereit ist. Hat es leider nicht mehr geschafft. Das heißt, Knuddelhofen ist sicherlich tot. Und wir holen wieder unser... Wir holen das Knocker wieder rein, weil das hat ja eigentlich Feuer gegen Stahl. Er hat Schild. Ich habe kein Schild. Ich habe hier Boden. Ich mache Move. Er hat noch Schild. Er schildet, oder? Er schildet doch bestimmt. Er ist doch angeschlagen mit dem. Schilde mal ein bisschen. Genau. Jetzt lass mich hier den Rest machen. Du machst Attacke. Du kannst Attacke ruhig machen. Egal was du machst. Ich habe immer noch mein Hypno. Du hast gerade erst Attacke gemacht. Du kannst gar nicht noch eine haben. Außerdem, ja, du machst Elektro. Zack. 4 von 5. Gewonnen. Theoretisch könnte ich den letzten verlieren. Das würde bestimmt schon reichen für Rang 10. Glaube ich. Aber egal. Kando. Letztes. Match. 5. 5 von 5. Letzter Gegner. Anleihenflangy. Der hat meine Brille geklaut. Die Sau. Egal. Den nehmen wir mit. Hypno gegen Pixi. Ähm. Ich glaube, das würde ich sogar so erst mal lassen. Ich habe bisher noch nie gegen Pixi gekämpft. Deswegen. Versteht mich bitte. Sonst hätte ich nämlich jetzt meinen Knuddelhoff reingeholt und gedacht, ach, nimmst du Scham. Aber solange wie das nicht den heftigsten Schaden macht. Geowatz. Komm. Nimmst du nochmal Elektro einfach gegen das Gesteinsboden. Pokémon. Warum denn nicht? Vielleicht schildert er ja trotzdem. Ja, er schildert. Das heißt, alle Schilde von ihm sind weg. Ich lasse ihn einfach jetzt mal tot gehen, dass ich danach noch freie Auswahl habe. Wir haben Feuer gegen Gestein und Boden in der Nähe. Wir holen also was Charmantes rein. Wir hoffen, dass der nicht so böse zu uns ist. Wo glaube ich? Ich glaube, die rosenen Pokémon sind anfällig. Wenn die mit Steinen werfen, ja. Lasst euch da nichts vormachen. Wie ihr seht, ist der aber auch schon weg. Ich habe immer noch zwei Schilde. Also das scheint auch ein lockeres Ding zu werden. Da hat er sein Geh auf Knuddler, geh auf Knuddler. Bruder, du musst Knuddler machen. Ich glaube, ich werde es nicht zum Knuddler schaffen. Ich drücke jetzt auf Eis. Eis ist schneller fertig als Knuddler. Vielleicht schafft es noch einen Eis. Ne, es schafft gar nichts. Sinnlos. Knuddeluft, du kannst wirklich nichts. Knogger, zwei, nein, der hat noch ein Pokémon. Ich habe das gar nicht, ich habe das gar nicht realisiert. Da will ich jetzt aber mal schildern und hoffen, dass der Spukball durchgeht und ihm mitgibt. Vielleicht wäre das, wäre Boden da auch schon gut gewesen, aber ich setze jetzt mal alles auf den Spukball und gleich steht da nicht effektiv, weil er spukt ja selber. Einfach fabelhaft ist da. Nichts effektiv. Hä? Der hat einfach vier Pokémon gehabt. Habt ihr das gesehen? Das ist ja unfair. Ich kämpfe mit dreien, der kämpft mit vieren. Säurespeier. Gut, der ist wenigstens nicht effektiv. Aber jetzt Boden. Ich glaube, Boden gegen eine Jauchenpfütze müsste gut gehen, wenn ihr da nämlich Sand draufstreut. Und Pixi zurück und Pixi tot und fünf von fünf Kando Cup. Also Hypno einfach overpowered, aber das wissen wir ja. OVP, PvP, Hypno einfach, OVP, original verpackt. Ich habe keinen Platz. Ich muss mir hier ein paar Dinger wegwerfen, kurz, dass ich hier irgendwas abholen kann. Okay, hier, das holen wir auch ab. Hinten, das holen wir noch ab. Und wir holen uns die Pokémon-Belohnung ab. Mittendrin, das ist ein Samurzel. und wir haben die Rang-Belohnung und es ist Rang 10. 2.800 Stau. Herr Bruder, achso, auf, auf Rang 10, ja. Da seht ihr übrigens den Unterschied. Das andere war Rang 10 in dem alten System, wo es nur äh, wo es weniger Ränge gab. Und das ist jetzt Rang 10 von bis, wo ihr natürlich 24 Ränge haben könnt. Also ich bin jetzt Rang 10 geworden. Natürlich gab es keinen Quabbel, aber stimmt, ihr müsst ja auf Rang 10 erstmal ein, äh, ein Setup abschließen, um dann ein Pokémon zu bekommen. Was hat sich hier jetzt denn aber getan? Ist das jetzt hier fertig wenigstens? Reiche Rang 10 in der GBL passt. Also nur noch drei Rocket Boss besiegen. Und was ist das denn? Wieso gibt es da überall nur noch Staub? Jetzt habe ich gedacht, komm, wir machen, ich werfe einfach mal einen grünen Pass ein, weil wir möchten jetzt einen Quabbel noch abholen. Aber hier, es gibt ja nur Staub und hier, es gibt ja nur Staub, dafür brauche ich doch keinen Premium-Zugang. Nö, dann war es das jetzt, dann, keine Ahnung, dann geht das Video halt 19 Minuten und es gibt kein, es gibt kein Quabbel, aber ihr seht, das war mein Team, ich kann euch das Team nochmal auf der Hand zeigen. Ich habe mir das glaube ich nicht abgespeichert. Hypno. Wir haben also das hier, dieses Hypno mit Konfusion, mit Donnerschlag und mit Spukball. das hat hier diese Werte, ist halt jetzt nichts Besonderes, wie man sieht. Wir haben das Knuddeluff, habe ich das Shiny ein bisschen hochgepusht, damit man das sieht, mit Scham, Knuddler und Eisstrahl. Scham, Knuddler, Eisstrahl, hier auch da nochmal die Werte dazu, also wenig Angriff, mehr sowas. Und wir haben noch das Alola Knocker, das können wir uns auch noch angucken. Aber halt das hier, das habe ich zum Halloween Cup glaube ich schon mal gemacht dann. Feuerwirbel, Spukball und Knochenkeule. Und das hat das. Mit Spukball, ich glaube Spukball ist da eh Quatsch. Das bräuchte glaube ich Schattenknochen und Schattenknochen oder wie das heißt und Knochenkeule. Aber das ist ja, gab es ja nur eine begrenzte Zeit glaube ich. Wenn ich da falsch liege, sagt mir Bescheid. Das war auf jeden Fall jetzt ein kleines GBL Video auf dem Weg zu Rang, äh, zu Level 50. Einfach mal so für zwischendurch, dass ihr das seht. Ich will das nicht heimlich machen, ich lasse euch da dran teilhaben, wie ich da zu knabbern habe. Ansonsten, schreibt mal euer Team rein, was ihr im Kando Cup genommen habt und mit welchen Attacken vielleicht. Ich weiß nicht, wann das online kommt, schreibt es aber trotzdem mal rein. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out. Vorhaut, euer Ramses. esfuerze Zeit. Auf Wiedersehen. manuel